Auf der Wand 4, der deutsche Allmeister Steven Müller, der sich in den letzten Jahren richtig gut entwickelt hat. Mehrfache deutsche Hochschulmeister, der geht ganz schnell an. Jetzt im Gegenwinde und dann kommt aber mit Rückenwind auf die Zielgerade. Aber er hat natürlich harte Konkurrenz mit Vitalis Eski und Luke Campbell. Steven Müller, jetzt 200 Meter sind durch. Und wie kann er das jetzt durchziehen bei den 30 Metern? Eben, die 400 Meter. Aber jetzt muss man eigentlich die Karte, die Karte, die Karte, die Karte, die Karte. Ja, nur ein Karte, die Karte, die Karte. Vielen Dank für euch. Vielen Dank für euch.